Musik Großes Kino in Mannheim. Wie wird ein Film gedreht? Wir haben die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen, bei den Dreharbeiten von Mannheim. Neurosen zwischen Rhein und Neckar. Musik Um was geht es in dem Film? Ja, also in Mannheim geht es um eine Band von drei Jungs, die als Musiker erfolglos sind, aber auch im echten Leben. Alle an irgendeiner Herausforderung stehen im Leben. Die verlieben sich alle in die gleiche Frau. Alle drei schwärmen für dich oder sind sogar in dich verliebt. Spielst du in dem Film mit diesen drei Männern? Ähm, ich glaube, Aileen liebt alle drei dieser Männer, aber es ist nicht sexuell. Ja, ich glaube, sie fühlt sich zu allen hingezogen, aber auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, sie ist eine Projektionsfläche für all diese Männer. Also alle sehen in ihr die Überfrau. Musik Lehnt es an einer wahren Geschichte an? Es ist keine wahre Geschichte in dem Sinne, aber es sind wahre Charaktere aus Mannheim, die es wirklich so teilweise gibt. Natürlich auch teilweise ein bisschen umgearbeitet. Typische Mannheimer, die wir in den Filmen so eingearbeitet haben. Beim Schauspielercasting, welche Kriterien, auf welche Kriterien habt ihr da Wert gelegt? Ja, wir wollten Leute von hier auch wirklich finden, also Schauspieler von hier. Es ist ja so, dass teilweise auch Dialekt gesprochen wird. Das war also dementsprechend ein sehr großes Kriterium. Ich werde in dem Zusammenhang mit der Rolle oft gefragt, ob ich gebürtiger Italiener bin oder vielleicht sogar türkische Abstammung oder so. Aber ich bin Vash Eshtamonomer. Was zeichnet deine Rolle aus? Bist du Romantiker? Ich glaube schon ziemlich hoffnungslos sogar. Also Enzo verliebt sich unglaublich schnell, unglaublich heftig. Liebe auf den ersten Blick in Frauen. Und wenn er sie dann nicht haben kann, leidet er auch sehr italienisch. Auf sehr italienische Art und Weise. Also zum Beispiel jetzt sind wir am Wasserturm. Das ist natürlich eine Location, die man im Mannheim-Film zeigen sollte, weil es halt ganz typisch ist für Mannheim. Wir haben aber auch im Jungbusch Orte, die so typisch sind. Wir haben in der Popakademie gedreht, weil wir auch ein bisschen das Studentenleben der Popakademie ein bisschen zeigen. In der Neckarstadt haben wir auch alte Feuerwache gedreht. Also es sind so typische Orte, die man leicht für Mannheim erkennen kann und die wir auch sehr typisch finden und wiedererkennbar. Was drehen wir heute Abend? Ja, das ist eine Schlüsselszene im Film. Alle sechs Hauptfiguren, die es gibt, die kommen an diesem Wasserturmbrunnen zusammen und sprechen sich aus, streiten sich, brügeln sich teilweise, fallen ins Wasser. Und vielleicht versöhnen sie sich sogar am Schluss, das kann ich noch nicht verraten. Aber es ist wirklich die Szene, wo alle Emotionen, alles was sich über den Film angestaut hat, kocht hoch und dann gibt es viel Rumgeschrei und große Emotionen. Hast du hier freie Hand oder hast du da eine genaue Regieanweisung, wie du die Kamera zu führen hast? Ich habe freie Hand und alles geschieht immer in Absprache mit dem Regisseur. Wir kennen beide das Drehbuch, wir bringen beide unsere Ideen auf den Tisch. Entwickelt sich die Geschichte während dem Drehen, während ihr filmt, dass ihr dann noch sagt, das könnte passen oder je noch eine Nuance oder man könnte es anders umsetzen? Nein, es gab vorher das Drehbuch. Was natürlich immer ist, ist, wenn kleinere Schwierigkeiten, die man halt nicht aus dem Weg räumen kann, irgendwie gelöst werden müssen. Dann überlegt man sich praktisch, was man machen kann. Wenn etwas nicht wie geplant klappt, wird halt die Geschichte leicht verändert. Drei Männer und ihre Neurosen. Eine Frau, die mit sich im Klaren ist oder auch nicht. Wie das endet? Wird es eine Liebesgeschichte? Das schauen Sie sich besser selber an. Ab Spätherbst im Kino. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!